Was ist das denn? Boah, wie scherz. Ja, ich hab... Ist Victor mal golden? Ist Victor mal golden? Ja, Victor ist golden. Das war nur für mich. Ja, Julian, dann spielen wir jetzt. Gegen mich. What, warum? 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 Das ist unser letztes Turnier, Bruder. Pixel, Bruder. Du wirst dich bereuen. Wenn du in einem Monat sagst, ah nee, hätte ich mal besser gespielt. Nee, wäre mal länger drin. Nee, hätte ich mal mehr gehört. Dennis, wie hast du gespielt? 2-0. Du musst dann gegen Frozen oder Bob? Gegen Maxi. Und du bist dann bester Fall? Ja. Möchtest du mit Frozen reden? Ja, das ist dein Leben. Hey, Marius. Ich weiß nicht, was hier los ist. Dortimus, kannst du mal kurz gucken, was los ist? Was das Problem ist bei den beiden? Ich möchte doch was los. Ich möchte den Stream informieren. Ich glaube, es gibt Light Shield Bug oder sowas. Uh oh. Uh oh, Light Shield Bug. Damn. Ich lasse das deutlich, muss dann gleich machen, damit ich die Tastatur nicht anfassen. Ich glaube, das Match kann gleich weitergehen. Hey Marius, hey. Was ist die? Juggles hat 2-0 gewonnen. Und er hat 2-0 gewonnen. Oder? Wir haben gerade gespielt, ne? Ja. Du hast 2-0 gewonnen, hast du gesagt. Guck mal, Alter. Spiel gegen Pixelbruder oder IMME. Nee, das stimmt nicht. Ja. Du spielst gegen... Ovis oder Arthur. Also fast. Pixelbruder oder IMME. Also fast. Oh mein Gott. Alter, dieser Rollout. Ist Schiller-Gymnasiums very own Yang-Yan am stylen etwa? Yang-Yan? Yang-Yan. Yang-Yan. Ad-Yan mag dich nicht. Stimmt. Folgt ihm auf Twitter. Er ist der dritte. Folgt Berlin Smash auf Twitter jetzt. Ich bin dritter, folgt mir auf Twitter. Wow. Geil. Hier ist gerade ein massiver Rülpser aus meinem Mund gefallen. Sorry, Marius. Hast du auch gehört? HF-Lan hat sich verschoben. Hab ich gesehen, ja. Auf November. Ja, Mann. Fick Corona. Fick Corona. Corona killt Melee einfach. Ich war eh nicht da. Mir egal. Die haben mich nicht eingeladen. Deswegen. Ich scheiß auf die. Nein, mega schlimm Alter. Mega dumm. Es hat auch das erste Smash World Tour... Ne, das zweite Smash World Tour Event wär das glaub ich gewesen. Das erste in Europa auch. Also das ist echt krass so, dass das abgesagt ist. Da waren auch richtig viele aus Amerika, glaub ich, schon confirmed oder nicht? Okay. Werden auch was announced am Samstag, kann ich dir mal zeigen, aber auch keinen erzählen. Okay. Ich sag keinen. Der Stream hört's nur? Naja, nein. Der Stream hört meine Reaktion. Ohhhh. Oder so. Maxi hat sich übrigens auch ein Xiaomi-Telefon geholt. What? Damn. Damn. Okay. Fick. Fick Corona. Oh, Kevin ist da. Yo, Kevin. Was ist los, Kev? Wieso bist du nicht da? Er wollte das 16-Mann-Bracket nicht kaputt machen. Das wär so schön gewesen. Wobei, wir haben nicht 16, ne? Wir haben weniger. Ich glaub, wir haben irgendwie 15 oder so. Wir haben 15, ja. Kevin, gut, dass du weggeblieben bist. Sonst hätten wir ein perfektes Bracket gehabt. Das wär ja richtig scheiße gewesen. Wir hätten auch Round Robin machen können. Mit 16 Leuten. Round Robin. Zwei Achter. Achso, und dann Top 4 oder so. Ja, oder so. Bro. Das wär krass. Das wär wirklich geil. Ja. Ich schwör, ich würd sowas gerne mal machen, so. Und dann hast du Ami Singles? Nein, oh mein Gott. Aber wir spielen auch noch Cruise, oder? Cruise, ja. Cruise, ja. Cruise, ja. Ich muss morgen arbeiten. Ich kann nicht so super lange arbeiten. Ich kann auch nicht. Ich muss auch morgen arbeiten. Aber jetzt ist ein Glück hab ich erst. So. Hey, what the fuck. Du darfst nicht. Du darfst nicht. Alter, wieso? Das ist einfach mein Scheiß. Du als Stream-Inhaber darfst nicht. Ja. Maxi. Seid ihr fertig? Ja. Wie ist das ausgegangen? 2-0 für dich. Dann müssen wir als nächstes. Wir müssen spielen dann. Aber es ist der bester und frei. Ihr könnt auch On-Zung spielen dann. Ihr könnt auch On-Zung spielen dann. Ihr könnt auch On-Zung spielen. Wenn dieses Problem auf die Kollegen dann verreist, dann können wir noch mal ein. Die beiden, die beiden verbinden sich nicht mehr zu wenig für die Bitsche. Ich könnte halt auch. Also 2-0 für mich. Hab ich schon eingetragen. Gegen wen muss der Boff-Torget dann als nächstes? Als nächstes. Äh, gegen... Ich glaube, Hollogulu. Nee, Joggle. Säuber oder Bannbobbel. Ich komm jetzt noch ein bisschen... Ich bin ein bisschen Tirol. Ja. Schau. Ja, ich hab' noch ein bisschen... Ja. 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 Ja, ja. 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 Darfst du jetzt? Wieso? Hättest du doch mal... Darfst du als Channel Inhaber keine Codes machen? Nee, das ist echt kacke. Ja, das war jetzt sehr gut. Ja, das war jetzt so. O, war jetzt hier? Ja, das war jetzt so. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Du kannst das mal warten. Vielen Dank. Vielen Dank.